Oh ja! Hey, das wird schon wieder Ausnahme aus Ausmaße. Sprachen lernen double. Hallöchen! Willkommen zu einem neuen, einem, ich weiß noch nicht, wie es sich ausgehenden Video. Wieso bin ich gerade komplett in der Nacht unterwegs? Also was heißt komplett in der Nacht? Wir haben gerade halb zehn. Aber es ist, ja, wie soll man sagen? Es ist dunkel. Das ist der 29.02., der Tag, der nicht sehr oft auftritt im Jahr. Aber dieses Jahr ist er da und das heißt, morgen ist der 1. März. Und 1. März bedeutet ja bekanntlich für die meisten das allgut beliebte Saisonbeginn. Und zum Saisonbeginn muss man natürlich auch beginnen zu fahren. Aber wer kein ganz wehres Kennzeichen bisher hat, ist Marc. Und deswegen treffen wir ihn. Dann um 0 Uhr werden wir zusammen seinen Motor starten. Okay, ansonsten, ich bin sehr gespannt, ob mehrere das machen. Also sprich, jetzt um Mitternacht dann direkt losfahren. Weil Saison direkt eröffnet ist. Oder ob die alle bis morgen warten. Und ich würde sagen, dann auch weiter, wenn wir starten. Oh, ist es 0 Uhr? Na dann, starten wir mal Video. Video, Video. Hallo, wo bist du? Ach da. Also, wir schreiben den 1. März 0 Uhr und 00.00. Und deswegen starten wir jetzt mit meinem Saison-Kennzeichen rein. Ah, ist das herrlich. Oh, Babygirl. So, komm Sie. Oh, ist das geil. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. So, wir haben jetzt das 0 Uhr. 1, 2, 3. 0 und 1, jawoll. Und jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, meine lieben Damen und Herren. Und das Visierbeschlägt jetzt schon. Fuckin, ja. Oh, scheiße, ist das geil. Fuck my life, ja. Glatt ist auch nicht, gell. Schön viel Grip für die Reifen hier. Oh, ja. Hallo, hörst du dich wieder? Ja, wer ruft dich denn an hier? Der Philipp hat angerufen. Ach so. Der hat gesagt, dass er kommt. Ja. Ja. So geil, ey. Eher so, es hat einfach nur drei verfickte Grad. Ja, er hat recht. Es hat nur drei verfickte Grad. Aber es ist halt jetzt schon geil. Es ist so geil, ey. Ja. Ey, dieses Jahr wird so fresh. Ich hab so Bock. Shit, ey. Allein wir die Power hier zu spüren. Leck um hier. Endlich wieder was Kleines zwischen den Beinen. Richtig. Nicht nur den kleinen Willi. Na ja, für alle, die im Video jetzt gerade hier auch zuschauen. Ich hoffe, in der Stadt wird es wahrscheinlich ein bisschen heller. Also. Ja. Und wärmer. Und wärmer für uns. Aber das spürt ihr nicht. Aber dann soll es auf jeden Fall heller werden. Und man sollte mehr sehen. In der Stadt drinnen. Ja, ja. Genau. Ansonsten seht ihr jetzt Alex wunderschönes Kennzeichen, das er vielleicht zensiert hat, vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Seit wann zensier ich meine Sachen? Ach so stimmt. Ich zensiert eins ja auch nicht. Außer du fährst regelkonform. Dann zensierst du's. Wie es die Polizei vorschreibt. Ja, ja. Weil hier auch Polizei halt ist, ne? Ja, ja. Also ich erinnere nur an diese Kreuzung hier. Legendär. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn man einfach auf dem Weg zum Skiolab rausgezogen wird. Ja, bitte einfach Drogentest. Ja. Weiß ich nicht. Sechs Uhr morgens. Weil man früher auf der Piste sein will. Ja, ja. Nix da. Erstmal Drogentest, ey. Ich zäh fix. Schweinerei, ey. Das war was. Haben Sie was getrunken? Nein. Nein, ich will sie fahren. Sie haben Methamphetamine genommen. Okay. Danke. Danke. Ich weiß zwar nicht wann, aber okay, I guess. Oh, geil, ey. Ich bin schon wieder so glücklich. Allein, ey, es hat sich gelohnt wach zu bleiben, gell? Ich bin echt froh drüber. Und wie, Alter? Wir haben den Saisonstart eingestartet. Ja. Ja, genau so. Wir haben den Saisonstart eingestartet. Ja, ich habe mir auch einen gestuhlt währenddessen. Ich bin gekommen. Thema Wechsel. Ja, klar. Aber ich meine jetzt, ich muss schon sagen, es ist angenehmer, es ist angenehmer jetzt gerade mit klarem Visier zu fahren mal. Weil man sieht schon sehr, sehr wenig. Ja, ja. Voll. Ich meine, man darf es ja an sich auch nicht, es wird ja geduldet. Trotzdem. Muss nicht sein. Ja, ich sage es so. Ich sage mal so, für kurze Fahrten, keine Ahnung, wenn du jetzt wirklich nochmal nach Heim musst oder so, dann geht es schon. Ja, ja, voll. Absolut. Aber da wir jetzt halt nicht nur Heim fahren, sondern eine kleine Runde fahren. Richtig. Oh, geil. Weißt du eigentlich, wie wir von hier aus zur Münchner kommen? Also auf dem schnellsten Weg? Den schnellsten weiß ich nicht. Ich weiß ein paar Weg. Okay. Ja, wir fahren halt über den Ring. Um die Uhrzeit wird da nicht viel los sein. Ne, eben. Da können wir schön, wir dürfen zwar nicht schnell fahren, aber wir können schön fahren. Ja, 60 geht immer. 60 geht immer. Genau. Es kommt dann nochmal eine kältere Front, wenn wir nochmal aus den Häusern rauskommen. Oh ja, stimmt. Und dann wird es wieder, ich glaube, doch ein bisschen wärmer in München drin. Ja, endlich Wärme. Oh, geil. Ich darf nicht so viel schreien. Dadurch wird mein Helm beschlagen. Endlich habe ich eine effektive Maßnahme gefunden. Einfach nur noch bei kaltem Wetter mit dem Fahren. Dann entweder schreist du oder du siehst was. Aber mein Gesicht ist trotzdem so arschkalt. Aber ich spüre es nicht, weil ich einfach zu viel Bock gerade habe. So viel Energie. Oh ja. Unlimited. Power. Und da vorne sieht man wieder mehr. Bitte? Hier vorne sieht man jetzt wieder mehr. Ja, endlich. Hallo Leute, wir sind auch da. Endlich wieder da. Ja, wo bist denn du? Da bist du. Ja. Hallo. 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 Ich weiß nicht, er hat die Radarkontrolle gesehen. Ach, das ist ein Freisinger. Hallo Freisinger. Hallo Freisinger. Ja. Hallo Freisinger. Hallo Freisinger. Hallo Freisinger. Oh, Freisinger, Freisinger. Das reimt sich. Freisinger, Freisinger, das reimt sich ein bisschen. Komisch. Ja. So ganz ein bisschen hast du da. Hallo. 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 Scheiße. Ah, mir hat mein Gesicht gerade ein. Mein Gesicht, auch wegen Uptone? Ja. Ja, mir meine Nase läuft jetzt auch gut, aber mein Gott. Wenn wir schon überleben. Alles für die Klicks und die Likes und die Kommentare und die Damen der Schöpfung natürlich. Für die Damen der Schöpfung, ja genau. Richtig. Ja, 50 ist ja auch klar, wa? Hier immer. Oh, Scheiße. Ja eben, ja logisch. Oh, Motorradfahrer. Nein, das war ein Runderhof. Oh, Scheiße. Oh, da war ein Motorradfahrer. Fick dich. Hey, ich muss auch erst wieder reinkommen. Es tut mir leid. Hey, komm her, ich schlag die durch. Nein, bitte nicht! Scheiße ist das geil. Oh ja, oh, 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 oh. Oh ja, oh oh, oh. Huh, SEC! Hey, das war schon wieder Ausnahme, Ausmaße. Sprachenlernen double. Ey, meine Spiele sind bis lang. Ja, das hatte ich, oh ja, stimmt bei mir auch scheiße. Ja, wir haben die Möglichkeit entweder mit halb auf oder mit leicht geöffnetem Visier teilweise oder blind und da nehme ich dann doch ganz gerne das halb geöffnete. Richtig, heute ist es anders, wir sind auf Sicherheit getrimmt diese Saison. Sagen wir es so. Jetzt starten wir mit der Sicherheit und nur noch entspannte Fahrten. Richtig, richtig. Ja!